Ich kann fliegen, aber ich kann nicht schießen, weil ich bin zu langsam. Ja, das Schießen ist ja egal, du musst ja bloß fliegen. Heißt, ich und... Ich und Robo gehen rein. Perfekt. Was ist das für ein Assi-Buch von mir? Haben wir an die Fresse die Tür gecheckt? Jetzt seid ihr noch nicht mal da. Also, dass wir nicht da sind, ist logisch. Nee, ich hab ein bisschen gewartet, ich bin umgedreht. Ach so. Und ich hab nur, ich hab nur Motor 2, hab ich nur, ich hab nicht Motor 14. Von den 5, die es gibt. Ich hab Motor 1 bis 4, 14, weißt du? Äh, 5. Ich glaub, das ist, ich glaub, du hast immer, äh, ich glaub, die Stunde, wo die das behandelt haben, warst du, glaub ich, hier Kreide holen. Ist auch nur so ne Vermutung. Ich hab Milch holen. Aber, ach, du bist wieder da. Die letzte Person, die gesagt hat, die geht Milch holen, ist nie wieder, nie wieder. Das war der Cleary. Was hast du angestellt? Hast du ein Auto geschrottet? Ja, versenkt. Hä? Ich dachte, das wäre ne lustige Abkürzung. Ich bin ins Meer geflogen. Ja, schwimmst du eh nach oben, oder was? Oder bist du, schwimmst schon mit nem Körper nach oben? Oh, ich versteh zwar nicht, was ich genau machen kann. Oh, du hast explosive Munition. Nicht die zwei erschießen, wenn's geht. Wir sind genau daneben gerade. Ja, ja, ja. Das wär so geil, jetzt gewiss. Und ich kann auch nicht fliegen, der vierte Typ fehlt noch, oder? Ja, ja. Ich glaub, da ist ein bisserl AFK heiß, oder? Wieso wohl nicht im Auto, allerdings ist nix, du sagst manchmal, dass ihr weg seid. So, rechts ist noch was frei. Maschinengewehr. Auf, 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 auf. Okay, na dann. Off we go. Fliegt ein Team zur Absprungzone, das geht ja. Ja, ihr müsst nicht von oben rauf, und dann müsst ihr euch drum kümmern, dass die nicht nachrücken. U, W, U, so. Die anderen sind ja schon auch da, oder wo sind sie? Jetzt merkt er. Hä, wo sind, wo seid ihr? Ah, da. Da sind hinten drin. Die springen jetzt gleich fort von uns. Warte, ich fliege ein bisschen langsamer, so. Ich glaub, da haust du nämlich mit nem Motorrad ab. Und wen muss ich jetzt hier hops nehmen? Fliegen noch ein bisschen höher, ich glaub, du sollst... Noch höher, noch höher, noch höher, okay. So, einer ist unten, der zweite auch, bitte. Povo, unten mit dir. Genau. Okay. So, jetzt kommen die Figuren, oder? Letzkeißen. Ich bin nicht Sebo. Okay, okay. So. Er land am besten, du musst hier drin landen, sag ich schon mal so. Ich weiß nicht. Oho. Oho. Ach, du landest noch hier drin, okay. Ich versuch mir ne Zigarette grad zu drehen und hier wohl dauernd, dass ich irgendwas mache. Die Büsche... Ich versteck gerade Fragen, er wohnt im zehnten. Das sieht ne schöne Aussicht, man, hier oben. Schon. Die Sonne ist jetzt... Uh, alles blutig. Richtig Blutheimmel da gerade. Das sieht echt sehr schön aus. Warte, ich dreh uns ein bisschen, so. Ui. Warte mal, drehen geht auch noch mit dem. Ah, das geht viel leichter mit dem, so. Ja, du musst genau runter, also noch in Human Labs landen. Jürgen Specksel, wie hoch wollen wir noch? Ich weiß nicht, ich bleib einmal, oder? Hoppa, das ist so ziemlich hoch schon. Wie komm ich runter? Keine Ahnung. Ja, das ist ganz okay. Mayday, Mayday, wir sind nicht mehr auf Kurs. Du, 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 du. Ah, okay, gut. Halte das Machtpersonal im Schach. Achtung. Aber es muss ich ja schießen. Oder er muss schießen, aber... Das kann doch nicht, weil ich bin viel zu weit oben. Du siehst ja meine... Ich seh's schon, ich seh's schon, ja. So. Ich dreh mich ein bisschen. Wo fährst du? Der Dumme, der hat, der hat, der hat, ich gebe nicht einmal Gas und der gibt immer noch Gas. So, aber jetzt triffst du schön, oder? Ein bisschen. Schieß einfach, du wirst irgendwas treffen, so. Uiuiui. Ah? Warte, ich wende gleich wieder, so, dann. Oh, bitte wenden, bitte wende. Bitte wenden, bitte wenden. Und da ist noch, äh, zwei haben wir noch, okay. Warte, flieg halt vor, der Trottel. Ist mir egal, ich mache einfach alles. Es ist mir egal. Egal, ich glaube, der ist hinter dem Haus, oder? Der einer da, deswegen sehen wir ihn nicht. Oh, da kommt der erste Heli. Ich glaube, der braucht noch ein bisschen der Heli. Ah, der ist schon da oben, okay. Sollen wir den Heli auch abschießen? Flieg mal höher, so. Heli ist genau vor unserer Schnauze gerade. Der kommt schon, der ist genau vor uns da. Ja, jetzt aber. Ist der ein Lichterlohn. Jawoll, sehr gut. Ich sehe nichts mehr, ich sehe nichts mehr. Ah, der ist genau da schon wieder. Atemgeräte. Runter, wir müssen, glaube ich, tauchen. Und da rechts ist noch einer. Ah, der kommt noch, da ist er. Da ist er. So hoch, okay, passt, super. Super, super, super. Wir sind schon so gut wie auf dem Weg noch draußen. Wir müssen bloß noch durch. Okay. Ich steppe dich, ich steppe dich. Nein, nein, du steppst nicht, du steppst schon nicht. Der eine Typ lebt immer noch, darf am ganz am Anfang. Wo ist der? Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Passt schon. Was ist mit dem Cake da? Da ist er, da ist er. Ja, ja. Dann kommt er zur Entspannung. Halte Ausschau nach dem Leuchtsignal. Warte, hier, hier, warte, hier ist die Signalfackel. Strand haben sie gesagt, okay. Also ist das das Rauchding? Nee, das ist es nicht, okay. Ah, da ist was. Tiu, tiu. Jetzt muss ich landen, oje. 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 Oh Gott, zieh hoch, zieh hoch. Darf ich, darf ich nicht, äh... In dem Baum solltest du vielleicht nicht landen, du sollst gar nicht... Nee, ich werde daneben gelandet, muss ich am Strand landen, wollte ich fragen, so. Ja. Ich glaube, sehr sinnvoll. Alter, ist das... Hier ist es runter? Ah, ha, 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 ha. Zeig schnell ein. Ja. Links, genau. Sechs, so. Das muss ich auch in Sicherheit bringen, so. Landen ist eine Qual. Ach nee, da kommen noch mehr Leute, nee. Kein Bock mehr. Ja, aber jetzt sind wir ja da. Ach so, ja, da war was. Uh. verantwortlich mal ein bisschen so niedrig er wollte manöver 6 muss ich alle hubschrauber erst ausschalten ist weg sehr gut sehr gut sehr gut meine kamera perspektive ist leichtbar gehabt so dann kriegt sie wo und vor uns ja wohl 6 und der trottel dann noch ich kann immer noch fehlen bei der landung muss ich muss ich da landen muss man sich nicht mehr du hast 100 ich habe den ersten zwei ja ja du hast du nicht so ja 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 Was für die Schlampe von uns? Aha. Achso, wir sollen die Valkyrie jetzt abwerfen? Ach, Sevo. Bitte, jag uns jetzt nicht in die Luft. Ah, jetzt machst du der Cutscene? Okay, gut. Klassik. Richtige Supermodels. Nicht sogar Wink für einen Sekunden. Ich weiß, was ich mache. Will ich umbringen? Nein, ich hole, ich gehe mal kurz in das Internet und guck mal, wie teuer dieses Auto ist. Denn das ist relativ fast sogar. Fall, fall, richtig unfair dieses Auto. Temee, woher hast du diese ganzen hübschen Sachen, die wir dir nicht gekauft haben? Äh, Internet. Das gelückt mir. Vor allem damals so 2001, wenn du irgendwas im Internet bestellt hast, das kam doch nie an. Dann hätte ich noch 300.000. Heißt, ich muss einfach bei der letzten Heißen ein bisschen mehr abholen und dann habe ich's. Oje, ich höre Schüsse. Nix passiert, nix passiert. Wir haben schon drei Sterne wegen dir. Das ist Yves, Junge. Hier ist jetzt auf der Autobahn oben, da komme ich nicht hoch. Ja, mein Auto. Kann er ins Parkhaus fahren? Nein. Es ist unten. Ah, nicht gegen die Polizei. Oh mein Gott. Haben wir so gerade noch. Oh Gott. Da ist mein Auto. Ach du Heiliger. Junge. Oh du Sau, Alter. Diesen Spaß kann ich mich nicht. Du kriegst es eh kostenlos wieder. Das ist egal. Ja, wow. Da habe ich echt keinen Bock um sowas. Ey, sei froh, dass ich nicht Manuel bin. Der zerstört instant das Auto so. Ich hole mir ein witziges Auto und es wird instant zerstört. Ich konnte noch nicht mehr damit einsteigen. Ey, guck mal Sego, ich habe ein cooleres Auto. Aber geh nicht auf Lunge jetzt. Geh nicht auf Lunge. Ja, ich doch nicht. Ach so, ja. Hör raus. Nee, nee. Dann gehe ich halt auf Leber, weißt du? Oh Gott. Ich fahre jetzt zu deiner Markierung. Also irgendjemand hat mal was markiert. Ich nicht. Ich habe nichts markiert. Doch, da ist eine Markierung. Ich fahre da jetzt hin. Okay, jetzt ist die Markierung weg. Was macht Sego hinter mir? Ich sagte rein da. Hey, du kannst da nicht rein. Hä, aber warum denn? Da oder? Er will horny nackte Girls sehen. Ja, dann komm, dann zeig ich. Okay. War das nicht? Ich weiß nicht wirklich warum, warum du... Andi, du bist schon wieder ein bissl sehr, hm? Was juckt dich denn? Der Trigger. Weiß ich nicht. Weiß nicht, wie du da einfach in eine Annäherungsmine reinfährst. Denkst du, ich habe jemals eine Annäherungsmine gesehen? Der hat auf jeden Fall was vor deinem Auto rot geleuchtet und soweit ich weiß. Ja, wahrscheinlich. Von dem wahnsinnigen fahren wir jetzt weg, so. Wir sind sicher schneller als er, so. Ich bedrohe uns nicht mit einer Waffe. Alles Absicht. Geh weg mit deinem scheiß Schneepflug da. Der bringt... Der bringt nicht mal was. Na schon ein bisschen, oder? Weiß nicht. Ne, ne, damit kann ich so Autos wenn er maximal will. Nebo, ich gebe dir so einen Tipp, du verschwendest Munition. Arsch. Die kostet Geld. Vorsicht. Weißt du, die Wahrscheinlichkeit, dass du mich damit triffst, ist ein bisschen unwahrscheinlich. Ich kann euch das sogar mitnehmen. Ich kann euch das sogar mitnehmen. Wir machen einfach einen kleinen Podcast. Eilige Banane. Soll ich das Podcast nennen? Ne. Oder? Bad Bitches Edition. Ne. Die ersten Folgen, die ersten paar Minuten. Das ist einfach nur umgeschlossen. Hallo und herzlich willkommen zu Schmeckstuhl und Podcast. Boah, das Gaste Gott. Ich möchte mich jetzt schon umbringen, wenn ich sowas mal sagen sollte. Wie groß du den neuen KZ-Bone-Fotcast? Sprechen wir ganz viele Themen an. Ja. Warum ist es nachts kälter als draußen? Weil diese... Ich glaube, weil die Sonne nicht da ist und die Sonne gibt uns ja Wärme. Aber nachts ist sie ja weg. Ich fang den Vergleich, weißt du, nachts kält ja alles draußen. Es ist draußen und nachts einfach zusammen, geht schon. Immer, immer. Ah, und nachts können wir ja auch die Sonne angreifen, weil sie ja nicht da ist, also ja. Die Sonne versteckt sich. Okay. Wir können die Sonne angreifen, sie ist ja nicht da, also. Wir können die Sonne einfach ausschalten. Ja, sie ist ja nicht da. Ja. Doch, 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 okay. Batsch. Tschüss. Es gibt's hier in diesem Bereich, um dieses Haus... Oh, ein Russe. Gibt's... Weg mit ihm. Gibt in diesem Bereich, um dieses Haus, gibt es eine Sache? Gehen wir jetzt rum, oder was? Wahrscheinlich Action-Figur, so ein Scheiß. Nein, nein, da ist so, glaube ich, ein Handabdruck drauf. Wuuuuh. Handabdruck. Sieh ich am Klo. Der Klo, Tür innen, Seite ist ein Scheiß. Es bringt ein Klo, wenn du's suchst. Da! Ja, ja, Sevo ist da, Sevo hat's. Und, ist es ein schöner Handabdruck? Sag, es ist am Klo. Da. Der ist ja ja. So, und jetzt beginnt hier die Jagd. So. Nach diesem Typen. Oh je. Mal sehen, wer die Jagd gewinnt. Du oder der? Ja. Wo, wo war ich gerade stehen geblieben? Oh, ich sehe eine Rakete, die von oben runter saß. Das finde ich nicht so cool. Ich hab's auch gerade gesehen, das irgendwas. The fuck, wo kommt die her? Ja, lol. Die. Loll. Loll. Loll, Hacker. Loll. Nein, der wird... Wo ist sein U-Boot? Ah, da ist sein U-Boot. Wollen wir ihn einfach ein bisschen ärgern? Ah, der wird für seinen Zeppelin zerstören. Nein, nein, der hat's losen U-Boot. Oh, Zeppelin wäre viel cooler. Ja, ich kann mir ja mal ein Zeppelin kaufen. Wie toll. Was gibt's oder was? Gibt's den? Ja, ja, es gibt Zeppelin. Oh geil, es gibt einen Zeppelin. Es gibt alles online. Nein, nein, es gibt nicht alles online. Es gibt keine wahre Liebe online. Oh. Oh. Jetzt kommt er auf mich, glaube ich, jetzt schon. Nein, nein, der hat bloß zwei Raketen. Danach muss er erst eine gewisse Wartezeit warten. Heißt, wenn wir uns jetzt bein und wegfahren, dann kann er uns eh nichts mehr. Das ist ein Huhn. Ein Huhn? Nein, der Zeppelin kostet halt einen. Ich könnte ihn mit kaufen. Ich weiß nicht, ob ich das möchte. Wie viel kostet er? Wie viel kostet er? 1,2. Oh mein Gott. Auf den scheiß Zeppelin, ne? Ja komm, steck ein. Nein, ich hab besseres Fahrzeug. Und viel, viel besseres. Oh, ich krieg richtig schön Geld. Wir rahmen uns. Achso, das ist die Fire Station, nicht die Police Station. Komm, steck ein. Er zieht dich halt wieder raus, LOL. Komm her, wenn du Stress hast. Du hast du Stress, hä? Du hast du Stress? Was? Fuck. Hat sich ein bisschen... Er hat nicht mal getroffen, wie traurig. Komm, fahr, 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 fahr. Der kann nicht fahren, jetzt war der. Achso, das ist so ein Typ. Oh, jetzt hat er mich erwischt. Oh no. Boah, ist der lustig. Der kann's glaube ich. Der ist in sein Territorium eingetreten. Der ist If, Junge. Der ist eh ganz woanders. Ach nee, da hinten ist er. War der nicht unten vorher? Nö, nö. So weit reicht die Rakete. Soll ich mal schreiben? Fühlst dich auch, oder? Ich provoziere ihn einfach. Ich provoziere ihn ein bisschen so. Wie schreibe ich das? Mit T? Ah, ja. Ich schreibe jetzt einfach alles gerade auf Deutsch. Ja, ja. Hallo. Wir bräuchten schon vier Sitzer. Ich hol mal einen. Wir fahren einfach hinter dich. Okay, dann fahr ich mal was anderes rum. Okay, dann hab ich jetzt was eigenes. Du hast ne Einsätze. Hahahaha. So lange uns in dieser Zeit verpüsten, wo er seine zweite schießt. Dann müsste der sozusagen hinter Mount Shilita uns verfolgen. Aber dadurch, dass er nicht exakt weiß, wo ich sehe, wo kommst du dann einfach hinterher. Schnellestes killt er dich. Ich schau mal was. Ich schau mal was. Ich glaub da kommt schon wieder was. Scheiße. Ach man. Okay, jetzt reicht's mir mal. Jetzt reicht's mir mal. Ich zerstör jetzt aber sein U-Boot und danach reicht's mir. Nee, ich zerstör jetzt aber kurz sein U-Boot. Hahahaha. Jetzt einfach so zerstörst du mal. Hahahaha. Ich hab dich mal getroffen. Was ist ein Knecht? Wie schlicht ist der? Was ist das? Aber er steht immer noch. Also, ja, keine Ahnung. Ein Russe mit U-Boot während, weißt du? Weißt du, wo die Markierung ist? Ich glaub die Markierung ist bei ihm. Sein U-Boot hast du markiert, Junge. Du hast dein U-Boot markiert. Hahahaha. Nee, keine Ahnung. So einfach ganz Paledo Bay, oder? Ist das Paledo Bay, Andi? Ist das nur hier so? Was ist das denn für ein kleiner Typ? Der Paledo Bay. Nee, der ist zwölf. Was willst du? Ich hab seinen U-Boot zerstört. Und kommst du jetzt und... Ah nee, nee, ich hab seinen U-Boot doch noch nicht zerstört. Der taucht bloß wieder unter und auf. Warte, schmeckst du? Ich will schnell mir kurz wieder mein Auto. Ich hab schon einen Satz, wenn du fertig bist. Wie schreibt man das so? Wie schreibt man Handeckerchief? Hahahaha. Dann soll er sich halt ein bisschen fühlen. So. Ich glaub ich weiß, was der gemacht hat. Ah! Er schießt schon wieder. Oh sorry, sorry. Fahrt, fahrt, fahrt. Das ist nur ein schlechter. Ich weiß, was der macht. Was ein kleiner Angsthase der ist. Der hat jetzt einfach... Der hat jetzt einfach Geisterorganisation gemacht, dass wir ihn nicht mehr sehen auf der Karte. Und dadurch ist das so gut, dass wir ihn auf der Karte kann er hier auch ohne Probleme wieder rauskommen. Ich find's gut. Schönen guten Tag. Fuck. Ich find das auch gut. Du siehst, du merkst richtig, wie der sich so... Wie er gemerkt hat, Scheiße, der kann dir irgendwas gegen setzen. Konsul. Er hat daneben geschossen, der Fuck, Junge. Ich bin das Frühwahnsinn, wenn da was kommt aus dem Himmel. Das ist auch was Neues. Fahrt mir einfach hinterher. So. Da kommt eine, da kommt eine, fahr! Aaaaaaaaahhh. Aaaaahhh. Okay, sie sind immer noch da, sie sind immer noch da. Aaaaaahhh. Ohohohohohohoho. Wie schlecht von dem! Wie schlecht ist der Typ eigentlich für dich! Wir haben jetzt zu viel Gas gegeben, glaub ich! Wollte bei mir einsteigen? Nee, passt schon. Das liegt ja nicht weg, oder? Ja, tatsächlich das. Ja, der steuert die automatisch. Und das Ding ist, was ich eigentlich gehofft habe, dass er schon die nächste... Ach, da drüben hockt der! Was?! Ich weiß jetzt, wo der hockt! Da kommt der! Ich finde das amüsant. Oh nein, schmeck's hell. Was ist das? Da ist noch einer! Da kommt der! Mann, du Penner! Nö, nö, also wenn er jetzt noch eine abfeuert... Aber er hat noch eine abgefeuert! Ist gerade noch eine geflogen gerade. Wenn er jetzt direkt dahinter noch eine gefeuert, dann wär's ein Hacker. Wahrscheinlich, es ist gerade eine geflogen noch. Wahrscheinlich hat er so seine Freunde geholt, weil er Angst hat. Ja, das sag ich ja, da kommt eine. Ich glaub, das könnte ein Hacker sein, wenn wir... Das auch noch dazu! Schreib fühlt sich auch geil mit denen drei Barthalen, gell schon? Ja, immer! Ja, immer! Mann! Ja, ich sag es, seine Freunde hat er geholt, schon! Der nächste! Die waren vorher nämlich auch zusammen auf der Karte! Die zwei! Ach, ich weiß, was die machen! Die sind jetzt zu zweit in der... Zu zweit in einem U-Boot! Und... Ne, ne, die haben beide... Die haben beide ein eigenes U-Boot, oder? Schau mal, da gibt's ein gelbes und ein violettes U-Boot! Ja, ja, dann haben die beide eins! Ich weiß gar nicht mehr, was die Missionen sind! Ohne Sinn! Treffen nicht mal! Sobald sie eigentlich auf Höchst geht, auf einer hohen Geschwindigkeit, bis treffen die dich nicht! So, ich geh jetzt ins Geschäft, so... Dann kann er mich mal kreuzweise! Ich höre schon, dass sie hier mit den Raketen langfliegen! Ach, der Heiliger! Ja, ich seh... Ich seh, wo der eigene Typ war! Also, was sind das für Leute! Ja, ja, die gucken, die werden wahrscheinlich jetzt sehen, dass wir uns hier so rein versteckt haben! Na? Geht's eh noch, ha? Einfach so fallen lassen, du Sau, Alter! Ja! Ey, dieser ganze Boden ist jetzt voll, dann... Kannst du doch richtig übertreiben! Wann kippst du weg? Ja, wann kippst du weg, wollte ich ja schon sagen! Ich glaub, du kannst gar nicht vom Plisswasser wegkippen! Ja, das ist so schwach, ja, das kann gar nichts! Ey, jetzt hab ich einen guten Rausch drin! Das ist so wie Peter Grüfe wie die ganzen Red Bull Dosen so oft, so! Und lässt es halt auf einmal fallen und dann sieht man in der nächsten Frame sieht man nichts mehr am Boden! Wir haben den Hubschrauber! Wir haben den Hubschrauber! Ja, ja, ich sag doch... Sie haben beide einen Hubschrauber! Was haben wir? Einfach jetzt neue Sitzung oder was? Geht schon... Nö... Nein... Kommt, kommt mit, wir verstecken uns hier hinten drin! Die Geister-Orgestation wurde! Da! Geister! Ja, die können sie nicht sehen und sie können uns abschießen, ist ja voll lustig. Hey, komm hier hinten rein, die können sie nicht mit den Hubschraubern gar nix tun. So, Alter, nee. Geht schon dein Kroketenwerfer, nee. Jetzt ist er unten, oder? Nee, er fliegt immer noch rum. Ja, ach, ich weiß, was der macht. Achso, das ist bloß ein Körper, alles gut. Ey, der eine Typ ist sogar hier drin. Das ist, ich finde. Nee. Ja, ja, die Cops kommen jetzt rein wegen mir, pass auf. Achso, okay. Ah, ich habe auch schon drei Sterne aus Gründen. Ja, ja, der eine fliegt, glaube ich, gerade rüber. Ja, der Violette. Ja, der Gelb hat sich unsichtbar gemacht, den sehen wir ja gar nicht. Nee, der kommt rein, hier kommt rein. Der Siegfucker rein, kommt ja nicht. Er rennt hier drinnen rum. Wirklich, ist das drin? Nee. Nee, das ist nicht drin, oder? Nee, das ist nicht drin. Nee, das ist nicht drinnen, das ist oben. Er steht jetzt auf dem Tisch, steht er halt drauf, ja. Gegenseitig. Das ist meine Beutze. Weißt du, wir haben ja so 2000 Dollar Bargeld so vielleicht, ja. Hoppala. Ja, ich weiß auch nicht, was uns das eigentlich ist. Jetzt schießt er von der Granate rein. Das wird so reichen eigentlich. Ja, ja, aber ich glaube, die denken sich nicht, dass... Ich verstehe halt nicht, was das Ziel hinter von diesen Leuten lässt. Denen ist so farb, weißt du, sie haben den Gefängnisausbruch einfach sechsmal gefehlt, ja. Jetzt sind sie sauer auf sich selbst. Jetzt müssen sie hacken ein bisschen. Ja, guck mal, jetzt kommt der eine rein. Jetzt ist er drin, oder? Ja, der ist, ja, wie gesagt, dass er so... Das Ding der Pfeife... Wow, wie feige, Alter. So geil. What the fuck, Junge, wirklich. Ja, hast du ihn erwischt? Der hat sich selber umgebracht. Das ist schon... Was für ein Saubroläte, Alter, wirklich. Nee, einfach nee. Wollen wir einfach die Lobby wechseln. Machen wir gleich, machen wir gleich. Fick ihn noch ein, zwei Mal vielleicht. Du, wir können das eh nicht. So, jetzt ist sein Sparrow kaputt. So, dann... Irgendwo muss der noch rumrennen. Ach, der rennt er. Jetzt ist hier, ich glaube, er will mich abschießen, weil er nichts kann. Oh, schau, da kommt der Nächste und er schießt mich gleich. Was hieß mit dir? Ja, ich treff nicht, ich hab mein Aimings nicht gut. Ich glaube, er hat gerade eine Haftbombe auf mich draufgegeben, das schaut voll witzig aus. Schau mal, jetzt rennt er weg und dann zündet er mich an. Das ist nur ein richtiger Afford. Das ist okay. Ich hab jetzt auf meiner Jacke mich so Haftbomben drauf. Na geht's schon. Zünd, geht's schon. Auf dich. Ich war das Ablückungs-Manager. Weißt du, wie wenig die schaffen, wenn die nicht in ihren U-Boots rumhocken? Ich hol jetzt einfach Sniper, geht's schon. Ja, natürlich nur. Ich stehe gerade oben, das passt sogar total geil. Wieso bin ich am Berg gespawnt, the fuck? Ist das ein Sevo oder... Nein, das war gerade so ein anderer sogar, scheiße. Ja, cool. Wo ist der andere Trottel? Da ist er. Warte, ich schieße ihm in den Schädel. So, einmal getroffen. Seinmal getroffen. Das ist so geil. Wie wenig Aim hat der? Wie wenig Aim hat der? Der hat viermal daneben geschossen. Ja, keinen, der schießt nur mit Haftbomben um und um, weil er ein Trottel ist. So, geht schon, nochmal. Nein, nein, der hat mir der Sniper geschossen. Oh, ist geschossen. Ich hab, ich hab das da... Ich hab ihn sogar erwischt, the fuck. Boah, Alter, wie schlecht sind die? Nochmal erwischt, geht schon. Ah, ist nicht, schade. Ja, klar, jetzt kann ich... Ich sag jetzt schon, die argumentieren gleich. Ey, du bist total feige, Jungs. So. Nochmal ein bisschen braucht er noch, dankeschön. Sniper ist total... Das ist total dreckig, was ich gerade mache, aber die sind ja genauso dreckig, also. Was soll's. Ja, ich hab ihn auch vernichtet. Ja. Ah, un... Ach so, der Schießer hört an normalen... Nee, warte, hä? Ja, weil er kann ja mehr hart jetzt, so. Stummgewehr oder sowas. Ne, mit der Alienwaffe, oder? Haha. Oh. Sind schon beide einmal gestorben jetzt? I guess. Ja. So, ich schreibe noch was hübsches in Russisch und ich schreibe auch noch was. Speak rusher. Definitely speak rusher. So, ich bin super versteckt, keiner sieht mich. Ich hab schön geschrieben, dankeschön, dass, dass ihr Leute, die gerade so drei Barthare haben, sich so krass fühlen und ihre Zeit verschwenden. Schon. Oh, jetzt bin ich rosa. Jawohl. Ich bin dauerhaft blau, oder... Ich... Bist du nicht. Ich war vorher dieses hässliche Violett. Bist du wie das hässliche Violett? Ich bin pink, nein, ja. Ich bin pink. Das ist gar nicht so crazy. Ah, fast schon. Ich bin im Pasta. Geht schon. Oh, ich bin orange. Ja, ich weiß. Oh. Also, kann man nicht drüber nehmen. Der Blitz ist damit, dass du, äh, dann schneller bist auf E, dass du einen kleinen Nitro hast. Okay. Und der Pfeil nach oben. Okay, dann hab ich den halt. Der Pfeil nach oben lässt sich sozusagen kurz springen, damit kannst du über die andere Linie rüberspringen. Der Seh-Lud-Drecker-Kerke-Sieb. Nee, nee, er ist nur ganz kurz so gut gefahren. Wie Pfeil nach oben? Indem du rauf fährst. Über die Rampe. Und dann, jedes Item aktivierst du auf einem Knopf. Aber Sevo. Steht, glaub ich, oben rechts steht das, oder? Ja, ich hab, das hast du nur das auf E. Ach, Sevo, das ist gemein. Sevo killt gleich instant alle. Zehnmal. Oh, das geht auch. Das geht auch. Sack, denn jetzt. Aber jetzt weißt du's. Ja, und wie benutze ich jetzt die Items? E. Ach so. Och nein. Ich guck immer so nach hinten. Was, ich hab was getroffen. Oh mein Gott, jetzt muss ich rot ansteigen den Tag. Das ist meiner. Nein, ob ich. Ich hab doch nicht. Kann man sich auch töten, indem wir ineinander reinfahren? Ich hab den ganzen. Ich hab die ganze Zeit noch einen anderen Effekt. Ah ok. Nein. Nein. Was war das? Ich hab immer noch... Sevo und ihr beide habt ihr bei ihr nächstes Leben. Ah, da fick dich an den. Hallo Sevo. Hallo. Ich hab Sprengang. Geh zurück. Ja ich hab die hier mal weggeru�mt, da ist das Ding in nichts gefahren. Richtig himisch ja so. Richtig grauslich. Aus dem Weg Schlampe. Hä? Was haben sie da vor? Was haben sie da vor? Illegales? Was haben sie da vor? Ey Junge, wenn ich das nicht sehe, kann ich mich überreben. Dann stirbt Marit. Ich bin mir einfach nur runtergefahren. Ne, ne, du hast davor die Linie gezogen. Ich bin genau da runtergefahren. Sudden Death! Oh oh! Oh oh! Was? Was jetzt passiert? Ich bin einfach gegen die Wand gefahren! Ich bin einfach gegen die Wand gefahren! Was tust du denn sowas? Ich bin einfach gegen die Wand gefahren! Ich hab mein Nitro eingesetzt, damit ich Sevo umbringen, aber dann hab ich die Kurve nicht mehr bekommen, dann bin ich gegen die Wand gefahren! Also, wirklich! So ein Sub-Profit! Wieso kann man sich sehen? Ah, die Wand! Die Wand! Die Wand! Oh! Bei Slitherio ist das doch auch nicht so! Slitherio! Ja, ich will genau dasselbe spielen noch einmal! Klar! Deine Mutter, Junge! Du kriegst mich nicht! Du kriegst mich! Ich krieg mich! Ich krieg mich! Nein, ich krieg mich selber! Ah, die Wand! Die Wand! Ah! Zeitlupe-aktiviert und nicht Speed! Die Wand! Da waren die! Ich bin einfach die Wand hoch! Zu viel Luck einfach bist du narrisch! Ich weiß gar nicht was du immer hast! Ach, du bist gar nicht gestorben! Nee! Nee! Ich hab keine Ahnung! Ich hab keine Ahnung! Zweimal einfach nicht so! Aber dann sterbe ich gegen so ein Blödsinn sterbe ich dann! So plötzlicher Bullshit! Das ist einfach nur so ein Katz und Maus spielt das hier! Was machst du denn du da? Einer geht die Aggressivität und die anderen rennen nur weg! Er will mich! Er will mich! Er will mich schnecken! Er will mich töten! Er will mich essen! Scheiß! Hä? Du warst eben bei der Linie! Nein, nein! Ich war neben deiner Linie! Ja, komm her! Wenn du Stress hast, ne? So hast du Stress! So hast du Stress! Ich mach die Strecke Haar, Junge! Es ist... Es ist gefährdest du jetzt... Ich hätte doch durchziehen sollen! Durchziehen! Geht schon! Gib ihm! Oh! Was ist jetzt los? Verlierer! Ach der mit dem meisten Leben! Ach man! Mann, das ist ein Scheiß! Voll langweilig! Ich drücke Sprung! Es funktioniert nicht! Ich drücke Zeitlupe! Was macht er? Speed! Bussi! Ich hab mich einfach so wie ich selber umgebracht! Gefällt schlecht! Gefällt schlecht! Nein, ich wollte nicht! Aber ich hab gar nichts mehr gedrückt! Scheiße! Ich hab mich gelungen! Hab ich schon gesagt! Ich hab mir einen Schaden. Schaden! Schaden! Ich hab mich nicht verloren!